Herzlich Willkommen zurück zu Beyond Good and Evil und in der letzten Folge wurde Paige K.O. geschlagen, also wir gehen davon aus, dass der K.O. geschlagen wurde und entführt und jetzt sind wir hier, müssen immer noch eine Aufgabe ledigen für das Iris-Netzwerk, nämlich ein Fotomayor. Wir machen allerdings, was geht das denn nicht? Irgendwas passiert aber. Achso und wir haben auch noch eine CD, die CD können wir ja noch abrufen. Welche war das? War das jetzt die hier oder noch eine andere? Für Jade? Wahrscheinlich war es die hier. Machen wir die mal auf. Du weißt, ich denke oft an sie. Wir waren sehr gute Freunde. Vor 20 Jahren mussten wir uns trennen, da wir alle ernsthafte Probleme mit den Behörden hatten. Deine Eltern gaben dich in meine Obhut, um dein Leben zu retten. Wir kamen nach Hillis. Damals war es ein friedlicher Planet. Ich hoffte, dich hier sicher aufziehen zu können. Aber der Krieg holte uns ein. Jetzt musst du etwas erfahren. Wenn ich es hierher geschafft habe, dann nur wegen dem Beluga, dem Raumschiff, das ich mit deinem Vater gebaut habe. Es existiert noch. Aber ich habe es noch nicht ganz repariert. Du findest den Check-Up-Bericht auf meinem Schreibtisch. Der Beluga ist bei uns zu Hause. Du musst einen Code in jede einzelne der Konsolen eingeben, um den Geheimraum zu öffnen. Ich kann auf dieser M-Disk nicht mehr darüber sagen. Aber ich hoffe, die Information wird dir helfen, wenn du den Beluga eines Tages brauchst. Egal was passiert, ich wünsche dir viel Glück, Jade. Onkel Paige. Hm. Scheint so zu sein, als ob da schon selbst auf den Skizzen irgendwas versteckt. Ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Steht Margo, 12 plus 6, 7, 7, 9. Hm. Tja, wir haben erfahren, dass da ein geheimes Schiff irgendwo versteckt ist. Aber... Ach, das hat uns berührt. Okay. Aber noch hat uns das nicht wirklich viel gebracht. Wann konnte mir das noch schieben? Ich glaube nicht. Nee. Hier war auch sonst nichts mehr. Nee, wir müssen definitiv wieder hier rein. Ah, so war das. Also um alle mal zu beruhigen, Paige lebt noch. Ey, du kleine Ratte. Ich bin leider heute ein bisschen heiser. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum war ich vorhin noch nicht. Ich vermute mal, ich reagiere auf irgendwelche Gräser oder Blumen, die zur Zeit wachsen. Und natürlich habe ich mir auch wieder so einen Tag ausgesucht, wo es viel zu warm ist, um eigentlich eine Aufnahme zu machen. Aber übers Wochenende konnte ich leider keine neue Aufnahme machen. Und damit er jetzt nicht wieder so viele Tage wartet auf die nächste Aufnahme und den nächsten Part, muss ich, äh, oder will ich natürlich auch, ähm, wieder eine neue Aufnahme machen. Hm. Kann man da runter eigentlich? Nö. Kann man nicht. Kann ich eh nicht runterfallen. Da ist einer. Da ist auch einer. Aber die sehen ich gerade sowieso nicht. Wir müssen hier von hinten den... Einen... Hä? Aber hier ist gar nichts. Irgendwo... Irgendwie konnten wir die doch K.O. schlagen. Was war das denn jetzt noch mal? Die drehen sich ja sowieso gerade nicht um. Da. Da drüben ist was. Ich gehe. Ein Dringling. Ein Dringling. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Wurde. Bitte Erlaubniszone zu säubern. Aber hier können wir uns verstecken. Äh, das war nicht so schlau. Zone gesäubert. Partner hat Probleme. Ja. Auch zum Glück nicht sehr schlau. System wieder angeschlossen. Ich gehe. War der da? Falscher Alarm. Puh. Puh. Das war knapp. Müssen ein bisschen aufpassen. Äh, aber ich meine, man konnte die hier noch recht problemlos hier mit der... Mit dem, äh... unserer Waffe hier. Irgendwie konnte man die doch verunahmen. Karten, wir haben Probleme. Ähm, da. Ich brauche es da. Ah. So. Ganz genau. Das war nämlich gar nicht so schwer. Ja. So. Äh, das hatten wir schon fotografiert. Nee, das war auch nicht das, was noch gebraucht war. Das war ja nur zum Verstecken. Ah, das wollte ich nicht. Da kommt was! Oh oh. Hey, alles klar? Da drüben ist was, ne? Falscher Alarm! Kommst du hierhin? Oder auch nicht? Partner hat Probleme! Okay, System wieder angeschlossen. Ist er noch da? Huh! Ich hab da was gesehen. Ja. Ach, Mann! Was macht die denn? Ich wollte nur mal so hochschauen, aber das geht von der Kamera aus nicht. Äh, irgendwie... Ich glaube erstmal... Das bringt nicht so viel, wenn ich da runterspringe. Der andere ist da hinten. Da kommt was! Allerdings ist es, glaube ich, trotzdem besser von hier aus. Der andere ist so wichtig. Hey, alles klar? Hm? Eindringling! Eindringling! Mist! Da muss ich mich wieder hinten stecken. Bitte erlauben ist, Zone zu säubern. Äh, irgendwie... Bestätigt. Gut, gut. Ist er da. Zone gesäubert. Zone gesäubert. Partner hat Probleme! Wo bin ich denn hier hin? Ich hab da was gesehen. Komm hier hin! Falscher Alarm! Mist. Partner hat Probleme! Oder erst mal den anderen anschießen und dann den einen. Na, du, da müssen wir leider warten. Falscher Alarm! Oh, das war nicht ganz richtig. Oh, das war... Ich hab da was gesehen. Das gibt's ja nicht. Wie nervig... Ich seh leider auch wirklich gar nichts. Ja, komm, so langsam. Ja, jetzt. Oder? Und so. Ja. Wär jetzt auch ein bisschen... zu krass. Was machen wir das denn jetzt mit der... Haha. Ja, super. Das ist irgendwie... Bisschen schwierig. Oh nein! Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow! Wir werden angegriffen! Wow! Na komm. Den krieg ich auch irgendwie so hin. Irgendwie. Herr, bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. So. Und jetzt ist nur noch der eine da, oder? Den anderen hab ich doch kaum geschaut. Zone gesäubert. Oh, ich hab auch nicht mehr so viel Leben. Und nicht mehr so viel, um... ...mich wieder zu heilen. Aber jetzt ist nur noch der eine da. Den schaff ich doch nicht. Alles weg! So. So. Das ist ganz so. Das haben wir geschafft. Nach etlichen Versuchen. Eigentlich ist es nicht so schwer, oder? Ich hab's nicht so schwer in Erinnerung. Oder ich stell mich einfach sehr blöd an heute. Das kann natürlich sein. Ratten! Weg mit euch! Oh, wir Ratten. Okay. Sonst war hier nichts. Oh, oh, oh. Da ist doch... Da ist der Gratsch. Oh, 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 oh. Ähm. Ähm, ähm, äh, 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 äh. Ich weiß gar nicht, wie du langst. Oh, nein. Also, okay. Ah, äh! So. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen einsieren. Ah! Ah! Den haben wir auch. Zum nächsten Bereich. Einige sind es, glaube ich, noch. Das wird aber leider nicht einfacher werden. Achso, nee, das ist schon Double H. Ja, nichts zu übersehen. Keiner weiteren Aufpasser hier? Nein. Der Speicher fangt. Sehr gut. Machen wir das direkt mal? Ja, jetzt. So, jetzt. Irgendwo. Da. Ich kann. Ne? Nee. Nee. War das nicht von hier? Das geht schon mal nicht, irgendwie. Dann von hier doch mal. Irgendwie muss das ja klappen. Ist das gebracht? Da drauf? Wollen wir es nicht schießen? Ach, ach so. Ah, ja. Okay. Ja, dann mach mal auf hier. Habe ich auch schon gemerkt. Jetzt ist es aus. Jetzt kommt die Nächste gleich. Na, wo seid ihr denn? Gehen wir mal hier oben nach. Ah, ja. Ich glaube, jetzt müssen wir hier einfach runter. Und dann... rein. Ganz genau. Das haben wir doch gut hingekriegt. Manchmal klatschen wir doch. Keine Ratten diesmal hier. Keine Ratten. Dann gehen wir wieder nach oben. Okay. Keine. Hm. Oh, boah. Ich glaube, das war der Zweite, der mich bemerkt hatte. Nicht der Erste. War da so ein kleiner Spalt zwischen dem Loch. Das geht's ja nicht. Okay. Jetzt warten wir. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt so schlau ist. Dem Ersten oder dem. Oder zuerst. Hm. Das kommt von da drüben. Ach, das ist ja nicht gereicht. Ich gehe. Ich halte die Augen offen. Ich gehe. Weg von der Wand. Alle. Alle arm. Uhu. Steck. Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Ah. Bestätigt. Nicht in die Laser rein. Das wäre keine gute Idee. Zone gesäubert. Hm. Ist da dran? Okay, das hat alles nicht gebraucht. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Hm. Der eine bewegt sich nicht. Und da. Hm. Das ist blöd. Nein, kriegen wir das schlecht weg? Oder wir gehen vorbei von der anderen Seite? Warten wir, bis sie sich gedreht hat. So, müssen wir so ein bisschen Geduld haben. Okay. Ähm. Wo war ich denn? Raum, wo man sich verstecken konnte? Ich meine, wir müssen die jetzt natürlich, glaube ich, nicht unbedingt ausschalten. Aber Schaden tut's jetzt auch nicht. Ist schon eigentlich ganz gut. Ah. Alarm! Alarm! Ah. Oh. Oh Gott, oh Gott. Geh weg. Wir werden angegriffen. Au. Mist. Scheiße. Ah, weil die Kamera so gescheuert ist. Mist. War wirklich nicht schlau. Oh. Oh. Er bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Er hat uns aber schon gut Schaden jetzt gemacht. Zone gesäubert. Das war vielleicht nicht so schlau. Aber ich wollte den halt erwischen. Ah ja. Jetzt können wir den Schimmel zurückgehen. Alarm! Au! Ah, Lust. Okay. Ich hatte gehofft, dass es geklappt, aber... Er bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Boah. Bestätigt. Ich glaube, das ist trotzdem die beste Getriebe, wenn wir noch während er geht, den zu erwischen. Jetzt. Sehr gut. So, jetzt haben wir den. Sehr gut geschafft. Wir hätten aber auch tatsächlich einfach weitergehen können. Aber ich hatte gerade gesehen, dass ja das hier steht. Sehr gut. Also dafür hat es sich doch definitiv gelohnt. Dafür auch. Perfekt. Mussten wir halt ein bisschen länger warten. Sorry fürs Warten. Ich muss echt wieder reinkommen. Ich muss echt wieder reinkommen in das Spiel. An sich ist die Störung wirklich nicht schlecht. An alle Wachen. Position halten und wachsam bleiben. Abfangen und zerstören. Aber dadurch, dass die Kamera sich immer so dreht, ist es halt auch teilweise ein bisschen schwierig. Da ist einer. Okay, ich sehe schon. Wir müssen warten, bis die Kiste davor ist. Ja, das kriegen wir auch. Nur dauert ein bisschen. Bei dem Spiel muss man ein bisschen Geduld haben. Okay. So. Ich kann einfach im Schattenkiste bleiben. Hier ist das eigentlich mit. Ja. Nee, nicht wirklich. Aber von hier aus kann ich ihn eh nicht platt machen. Gehen wir erstmal weiter. Hier noch was? Oh, Schrank. Ich habe den Schrank gefunden. Das sieht aber nicht so ganz wie ein Schrank aus. Also, mein Schrank sieht zumindest anders aus. Und ich habe auch keine Ratten im Schrank. Ja, hier sind so ein paar von euch. Langsam reicht es aber hier. Ich habe hier das Rattenmess gefunden. Oh, Starkus. Sehr gut. Sehr gut. Äh, von denen hatten wir gar keine mehr. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie... Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie... Ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. So, schön aufgefüllt. Zumindest ein bisschen. Was ist denn da? Ähm. Ah. Da, 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 da. Man sieht es zwar nicht, aber... Eine Blaberra Gregaria. Perfekt. Ich datiere es und lege es ab. Da war nämlich was. Boah, wie süß die aussehen. Nein, nicht... Nein, nimm das mit, um Gottes Willen. Ich will es mitnehmen. Nein. Ich wollte es nicht hinlegen. Mist. Mist. Ich konnte es nicht wieder aufsammeln. Oh. Da waren doch nur drei Starkus. Die wollte ich euch nicht alle geben. Wie gemein. Ist hier noch was? Ähm, ja. Ein anderer Ausgang, oder? Ja. Hm, was ist denn hier? Was kann ich hier machen? Hier ist ein Schalter. Das ist seltsam. Ich gehe. Aha. Nicht reinlaufen. Da sind mal mehrere. Oder nur eine. Wow. Okay, ich verstehe. Wow. Oh Mann, ey. Der kriegt aber auch immer mit, wo ich bin. Wo bist du? Wo bist du? Da. Oh Gott. Ja, jetzt hier. Bleib doch mal stehen hier. Wechsel nicht ganz halt deine Richtung. Dann kann ich dich auch mal erwischen. Jetzt aber, komm. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Ich dachte erst mal, das wären zwei, aber das war ja doch nur einer. Gut. Dann war es das jetzt hier. meine ich. Ich habe jetzt nichts gesehen. Hier, weiter. Schauen wir mal. Was sind das für die Viecher? Achso, der hat dich schon so gesagt. Ja, okay. Habe ich vergessen. Was kann ich hier machen? Ah, eine CD. Mitnehmen. Überwachungskamera. Kann nicht schaden mitzunehmen. Ach, und wenn das hier mal nicht Pages Schuhe sind. Pages Schuhe. Was haben sie bloß mit dir gemacht? Perfekto. Ich habe es gescannt. Pages Jetboots erschienen sehr daran zu hängen. Er hat sie mir nie näher gezeigt. Das stimmt allerdings. Einen Moment. Ich habe mir mal was zu trinken genommen. Kater fotografieren. Okay, gut. Keine neue Tarte. Dann geht es weiter. Oh. Was kommt die noch einmal her? Oh. Weg mit euch. Weg mit euch. Au. Wie ist... Jetzt ist aber noch der andere da. Oh, komm hier hin. Du musst mitkommen. Na, komm. Na, komm. Hier ist Fein. Hier ist Fein. Komm, hier ist noch ein Laser. Du willst da sicher hin. Dann verrechte ich dich da halt dahin. Ja, 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 dann verrechte ich dich da halt dahin. Vielen Dank.